Schlaflosigkeit effektiv zu bekämpfen, ist keine einfache Sache. Arzneimittel sind nicht immer die beste Lösung. Inselbst sondere dann nicht, wenn das Problem nur ab und zu auftritt. Bei Stress- oder Angstzuständen ist die Mühe oft sinnlos. Die Maßnahmen müssen an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Darin sind sich Experten einig. Manchen können Entspannungstechniken helfen, anderen ein abendlicher Spaziergang oder die Veränderungen bestimmter Lebensgewohnheiten. Die Ernährung ist für einen erholsamen Schlaf ebenfalls sehr wichtig. Denn manche Lebensmittel liefern Energie und aktivieren, was abends vermieden werden sollte. Ansonsten werden die nächtlichen Körperfunktionen und auch die Nachtruhe gestört. Natürliche, leichte und verdauungsfördernde Getränke sind sehr wirksam gegen Schlaflosigkeit. Probiere unser heutiges Rezept selbst aus. Dieser Shake enthält frisches Obst und Gemüse, die ideal sind, um den Schlaf einzuleiten. Sie sind leicht erhältlich und das Rezept ist in 15 Minuten servierfertig. CMD, Push, Function, Google Tag, Define Slot 7120678, Besser-Sizes-Desktop-Sgeneric-Box-Mittel-Up. 336, 280, 300, 250, DIVGPTAD 1503391743112-0. Z-Targeting Red, False, Z-Targeting Section, 5, Z-Targeting URL. Gesundes Mixgetränk gegen Schlaflosigkeit, Laflosigkeit, Z-Targeting Topic, Default, Z-Targeting Mafil-Type, GetMRFP. RFP, Z-Clip-Sempty-Div, True, True, Ad-Service, Google Tag, Pubatz, Google Tag, Enabled Services, Google Tag. Display, DIVGPTAD 1503391743112-0, Kleiner als 7120678, Besser-Sizes-Desktop-Sgeneric-Nx1-Größer als Google Tag. CMD, Push, Function, Google Tag. Define Slot 7120678, Besser-Sizes-Desktop-Sgeneric-1x1.1.1.1. DIVGPTAD 1513094690767-0. Z-Targeting Red, False, Z-Targeting Section, 5. Z-Targeting URL, Gesundes Mix-Getränk gegen Schlaflosigkeit, Laflosigkeit, Z-Targeting Topic, Default, Z-Targeting Mafil-Type, GetMRFP. Set Clips Empty Dev, True, True, Ad-Service, Google Tag, Pubatz, Google Tag, Pubatz, Clips Empty Devs, Google Tag, Enabled Services, Google Tag, Display, DIVGPTAD 1513094690767-0. Viele essen zum Frühstück einen Apfel. Doch all jenen, die an Schlafstörungen leiden, empfehlen wir, den Apfel für den Abend aufzubewahren. Äpfel sind reich an löslichen Ballaststoffen, welche die Verdauung verbessern und eine korrekte Durchblutung fördern. Der Körper entspannt sich dadurch und die vielen Vitamine erleichtern die korrekten Leberfunktionen. Nicht zu vergessen, sowohl die Leber als auch das Lymphsystem führen ihre Entgiftungsprozesse nachts durch. Auch deshalb empfiehlt sich ein Apfel am Abend. Die darin enthaltenen Polyphenole regulieren den Blutzuckerspiegel und verbessern gleichzeitig den Schlaf, da keine gefährlichen Schwankungen auftreten können. Gurke wirkt entspannend. Du verwendest die Gurke vielleicht, um deine Haut oder Augen zu entspannen. Das Fruchtfleisch der Gurke hat entzündungshemmende und entgiftende Eigenschaften. Du kannst mit diesem Gemüse auch deinen Schlaf verbessern, da es einen hohen Anteil an Magnesium besitzt. Dieses Mineral verbessert die Schlafqualität. Kopfsalat wirkt entspannend erstaunt. Wir sind daran gewöhnt Kopfsalat für unsere leckeren Salate zu verwenden. Wusstest du aber, dass die Griechen Kopfsalat-Tee tranken, um Schlaflosigkeit zu bekämpfen? Kleiner als 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down Binde Strich Größer als Google Tag. CMD, CMD, Push-Tec, Define Slot 7120678 besser unterstrich Sizes unterstrich Desktop unterstrich Generic unterstrich Box unterstrich Mittel unterstrich Down. 300, 250, 336, 280, DIVGPTAD 1503391790647-0. Z-Targeting Red, False, Z-Targeting Section, 5, Z-Targeting URL, Gesundes Mix Getränk gegen Schlaflosigkeit, Laflosigkeit, Z-Targeting Topic, Default, Z-Targeting Mafial Type, GetMRFP, Z-Clips Empty Dev True, True, Ad Service Google Tag, Pubatz Google Tag, Enable Services Google Tag, Display DIVGPTAD 1503391790647-0. Kopfsalat hat beruhigende Wirkungen. Entspannt die Nerven, fördert die Verdauung und verbessert den Herzrhythmus. Um diese Eigenschaften am besten zu nutzen, kannst du dir mit Kopfsalat einen Tee oder einen Saft zubereiten. Lies auch, was sie nach einer schlaflosen Nacht tun sollten, Honig viele essen, zum Frühstück einen Apfel. Doch all jenen, die an Schlafstörungen leiden, empfehlen wir, den Apfel für den Abend aufzubewahren. Du verwendest die Gurke vielleicht, um deine Haut oder Augen zu entspannen. Das Fruchtfleisch der Gurke hat entzündungshemmende und entgiftende Eigenschaften. Erstaunt? Wir sind daran gewöhnt Kopfsalat für unsere leckeren Salate zu verwenden. Wusstest du aber, dass die Griechen Kopfsalat-Tee tranken? Um Schlaflosigkeit zu bekämpfen, ließ auch, was sie nach einer schlaflosen Nacht tun sollten. Naturreinen Honig findest du in jedem Reformhaus oder direkt beim Imker. Auch wenn es etwas teurer ist, lohnt es sich. Honig ist ein Wunder der Natur und auch bei Schlafstörungen ausgezeichnet. Honig schützt die Leber und fördert die Ausleitung von Giftstoffen. Wie bereits erwähnt, ist die Leber nachts sehr aktiv. Mit Honig und anderen Nahrungsmitteln kannst du die Leberfunktionen unterstützen. Die Entgiftung und der Stoffwechsel können folglich einfacher durchgeführt werden. Lesevorschlag 5 Wichtige Nährstoffe Die das Gehirn gesund und aktiv halten Du benötigst für die Zubereitung knappe 15 Minuten. Dieser Shake wird 2 Stunden vor dem Zubettgehen getrunken. Du bist entspannter und die Verdauung ist bereits abgeschlossen. Wenn du ins Bett gehst, so kannst du die Schlafqualität einfach verbessern. Spannung ist das hier. Wenn du zum Beispiel verbindst. Wichtige Nahrungsmitteln sind die Überraschung am meisten Ereignis. Nahrungsmitteln Vielen Dank. 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 Vielen Dank.